Rechtzeitig zum elften Spieltag sind wir wieder da und hauen die Prognose der Prognosen raus. Wie haben wir denn letzte Woche abgeschnitten? Eigentlich wie immer enttäuschend. Drei von neun. Die ersten Spiele liefen eigentlich, dann hat es wieder nachgelassen. Also stark angefangen, stark nachgelassen. Deswegen seid ihr hier. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, heute zum elften Spieltag mal wieder Top-Einschätzungen zu hören. Dann schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Und jetzt geht es los mit dem Freitagabend. Da haben wir Greuther Fürth gegen den VfL Osnabrück. Die Fürther verloren gegen den HSV mit 2 zu 0 auswärts. Das ist die gleiche Leier wie immer. Da tun sie sich schwer zu Hause. Sind sie stark unterwegs. Der Kader gibt eigentlich viel mehr her gegen den HSV. Hätten sie es sogar noch kurz vor Ende spannend machen können. Bei den Osnabrückern gab es mal wieder einen kleinen Dämpfer. 0 zu 2 verloren gegen Wehen Wiesbaden. Das ist eigentlich so eine Begegnung, wo es im Normalfall in Richtung Fürth laufen müsste. Ich sag mal so im Normalfall. Denn Osnabrück hat es ja auch gezeigt, dass sie gegen spielstarke Teams ebenfalls mithalten können in Düsseldorf. Ein Unentschieden rausgeholt. Ich denke trotzdem, dass es einen knappen Heimerfolg geben wird für Fürth. 2 zu 1. Mein Tipp. Die zweite Partie am Freitagabend lautet Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf. Und bei den Braunschweigern, da gibt es einen ordentlichen Umbruch. Jens Hertel entlassen. War keine große Überraschung nach der nächsten Pleite gegen Elversberg. Die Luft sowas voraus. Es ist ihnen nichts eingefallen. Kein Kampf zu sehen. Fitzner, der Interimscoach, mit Braunschweiger Herz. Könnte er der Schlüssel zum Erfolg sein? Wer weiß, wer weiß. Eisen Ermin ist ebenfalls zurück. Ermin Bicacic. Starker Spieler damals gewesen. Ob er es denn jetzt noch so kann, wird man sehen. Ich denke nicht, dass er direkt in die Startelf berufen wird. Aber lassen wir uns alle mal überraschen. Düsseldorf. Ein historisches Comeback gefeiert. Hatte gegen Kaiserslautern. 3 zu 0 hinten gelegen. Und dann noch die Kurve bekommen. Das Ganze 4 zu 3 gedreht. Wow, wow, wow. Respekt. Kann man nur gratulieren. Und sie sollten auf jeden Fall das Momentum mitnehmen. Gegen eine angeschlagene Braunschweiger Mannschaft. Ob es direkt einen positiven Trainereffekt gibt. Wer weiß. Zumindest tun sie sich zu Hause nicht ganz so schwer. Die Braunschweiger. Aber aufgrund der letzten Ergebnisse setze ich auf Düsseldorf. Und zwar lautet mein Tipp 2 zu 0. Machen wir weiter mit den Spielen am Samstagmittag. Hertha BSC empfängt den SC Paderborn. Die Herthaner ein wenig überraschend. 3 zu 1 verloren gegen Nürnberg. Nach der Länderspielpause dachte ich, dass es jetzt wieder einen deutlichen Anstieg gibt in der Tabelle. Mal hopp, mal top. Schwierig einzuschätzen. Und Paderborn, die haben einen Lauf. Die haben den Lauf gegen Pauli mitgehalten. 2 zu 2 Unentschieden gespielt. Wird keiner meckern. Mit dem Punkt kann jeder leben. Ja, keine leichte Aufgabe für Hertha BSC. Beide Mannschaften haben auf jeden Fall das Zeug dazu, als Sieger vom Platz zu gehen. Dementsprechend entscheide ich mich für ein gerechtes Unentschieden. 1 zu 1. Mein Tipp. Kommen wir nun zu Pauli gegen Karlsruhe. Eben schon angesprochen, die Paulianer am Rande einer Niederlage gewesen. Sie sind jedoch sehr stark aus der zweiten Hälfte gekommen, sodass sie fast das Spiel gedreht hätten. Und am Millern-Tor, da haben ja schon einige Teams eine Niederlage einstecken müssen. Das letzte Mal Nürnberg mit 5 zu 1 nach Hause geschickt. Beim KSC, da geht es aber so langsam bergauf. Und wer weiß, ob es jetzt an diesem Spieltag soweit ist und Karlsruhe tatsächlich die Mannschaft ist, die Pauli die erste Niederlage reindrückt. 3 zu 0 haben sie Schalke abgefertigt und auch in den letzten Spielen hat man eine leichte Tendenz nach oben erkennen können. Werden sie jetzt aber gegen starke Paulianer mithalten. Schwer zu sagen. Ich würde es ihnen gönnen, aber denke trotzdem, dass das Selbstvertrauen bei den Hamburgern noch ein bisschen stärker ist. Und sie knapp gewinnen mit 2 zu 1. Springen wir nach Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft auf Hannover 96. Krisenstimmung bei den Schalkern. Der positive Trainer-Effekt, den man sich so erhofft hat, ist verpufft schneller, als man denken konnte. 0 zu 3 verloren gegen Karlsruhe. Die Mannschaft musste sich stellen vor der Kurve, wurde noch angeschrien dazu, ob das jetzt so hilfreich ist. Sei mal dahingestellt. Zumindest liest man des Öfteren, dass der ein oder andere Spieler schon mit einem Wechsel im Winter liebäugelt. Das sind alles so Faktoren, die Hannover 96 ausnutzen könnte. Für die läuft es aktuell prächtig. Ich habe sie auch als Ausstiegskandidat gesehen am Anfang der Saison. Man träumt schon ein wenig in Hannover, Schalke 04 zu Hause, immer mitzurechnen. Egal, wie tief unten sie in der Tabelle stehen, auf Schalke ist es schwer zu gewinnen. Da sind wir uns alle einig. Aber die Daten und Fakten, die sprechen halt aktuell für Hannover. Und nach dem Sieg gegen Magdeburg und der ansehnlichen Pyro-Show werden sie den nächsten Dreier einfahren. Ein Unentschieden ist ebenfalls denkbar. Habt ein bisschen tendiert zwischen 2-2 oder eben 2-1 Hannover. Und so fällt meine Prognose auch aus. Ein knapper 2-1 Sieg. Am Samstagabend gibt es dann nicht nur für die Fans der beiden Vereine was zu sehen. Nein, auch für den neutralen Zuschauer ist diese Partie, denke ich, ein Augenschmaus. Traditionsduell zwischen Kaiserslautern und dem Hamburger SV. Wer wird sich durchsetzen? Die Lauterer, eine 3-0-Führung noch aus der Hand gegeben letzte Woche im Topspiel gegen Düsseldorf. Das wird schmerzen und bei dem ein oder anderen Spieler eventuell noch im Kopf sein. Wie man eine 3-0-Führung noch aus der Hand geben kann, fragt mich nicht. Der HSV gewonnen gegen Greuther Fürth mit 2-0. Dazu kommen noch zwei Ausfälle. Die beiden Vereinen schmerzen. Top-Torjäger Ache bei den Lauterern und beim HSV Ludovic Reisdenker und Lenker im Mittelfeld. Ich gehe mal von einer torreichen Partie aus. Und dadurch, dass eben Kaiserslautern letzte Woche eine 3-0-Führung aus der Hand gegeben hat, tendiere ich ein bisschen auf den HSV. Und mein Tipp fällt dementsprechend aus. Es wird ein knappes Ding. Wo sich der HSV durchsetzt mit 2-3. Aber wir haben ja gesehen, dass am Betzenberg alles gehen kann. Drei Siege in Folge. Und die letzte Begegnung hat ja auch Kaiserslautern für sich entschieden. Am Sonntag geht es weiter mit Magdeburg gegen Elversberg. Und die Serien beider Mannschaften könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Elversberger seit den letzten sechs Zweitliga-Partien ungeschlagen und die Magdeburger seit fünf Spielen ohne Sieg. Tendenz laut Statistik eher Elversberg. Aber dazu muss man sagen, dass Magdeburg gegen Halofa kein schlechtes Spiel gezeigt hat. Sie waren dran und hätten durchaus mehr mitnehmen können. Gut, ist anders gelaufen. Verloren 2-1. Elversberg 3-0 gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Das ist so eine Überraschungsmannschaft aktuell, die natürlich den Lauf hat. Aber dadurch, dass Magdeburg zu Hause spielt und die Elversberger anfälliger auswärts sind, gehe ich davon aus, dass die ungeschlagen Serie von Elversberg reißen wird. Und Magdeburg mit 3-1 gewinnt. In der vorletzten Begegnung des elften Spieltages treffen zwei formstarke Teams aufeinander. Beide haben letzte Woche mit 3-1 gewinnen können. Holstein Kiel gegen unseren FC Hansa und die Nürnberger haben 3-1 die Herthaner nach Hause geschickt. Holstein Kiel, das macht eine Spitzenmannschaft aus. Aus wenig viel gemacht, viel Ertrag, effizient bis zum geht nicht mehr und das Ding dann auch ordentlich nach Hause geholt. Nürnberg gegen Hertha, ebenfalls eine starke Partie hingelegt. Das ist jetzt hier wirklich so ein Pfeil für sich. Deutet alles irgendwie auf eine unentschiedene Partie hin. Qualitativ sehe ich sie ebenfalls ähnlich vom Kader her. Deswegen fällt mein Tipp auch so aus. Unentschieden. 2-2 denke ich mal, wird es dann ausgehen. Zum Abschluss geht es für uns nach Hessen. Genauer gesagt zum SV Wien-Wiesbaden. Hier kann man nicht viel erwarten, wenn man auf die Statistik guckt. Denn Wien-Wiesbaden ist das zweitschwächste Team in der Offensive. Neun Tore haben sie bisher erzielt. Wir sind das drittschwächste Team der Liga, was das Tore-Schießen angeht. Elf stehen auf unserem Konto. Ardui Schwarz, was hat er der Mannschaft mitgegeben nach dieser 3-1-Niederlage? Die erste Hälfte war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man sich das jetzt, wenn man nochmal Revue passieren lässt, sich das Ganze vor Augen führt, Ja, dann hätte man durchaus eine starke Kieler Mannschaft bezwingen können. Man hat mitgehalten, jedoch ist man in der zweiten Hälfte wieder komplett eingesackt und hat sich nur eine Halbzeit lang den Arsch aufgerissen. Wir hoffen alle, dass es jetzt mal ein bisschen besser wird. Ich kann aber jetzt schon sagen, sollten wir gegen Wien-Wiesbaden verlieren, dann ist die Kacke am Dampfen. Denn, ihr wisst, wie der Spielplan bei uns aussieht, danach kommen nur noch Brocken. Hertha, Magdeburg, Pauli, Schalke 04. Das heißt eigentlich, dass Wien-Wiesbaden so ein Gegner ist, den man bezwingen sollte. Ich will nicht von einem Pflichtsieg sprechen, aber man darf schon ein paar Punkte erwarten. Ich bin ein bisschen skeptisch, denn Wien-Wiesbaden, die haben jetzt aus ihrer Formkrise viel gemacht. Nach, glaube ich, sieben Spielen ohne Sieg oder so in der zweiten Liga haben sie gegen Osnabrück 2 zu 0 gewonnen. Koczynski, ein stabiler Trainer, der die Mannschaft da, denke ich, von Wien-Wiesbaden gut einstellen wird. Ich habe da so ein bisschen Bammel, aber im Normalfall sind wir uns alle einig. Ich kann unser FC Hansa Wien-Wiesbaden bezwingen, nur in der aktuellen Form, weiß ich nicht so recht. Oliver Hüsing, macht er jetzt endlich wieder mit im Training, könnte so ein Zielspieler sein, der vielleicht die Stabilität wieder zurückbringt in unserer Verteidigung. Das wäre schon mal das Erste, sicher stehen. Und Simon Rhein, den wünschen sich ja auch so viele Bielerisch im Mittelfeld, sollte da Möglichkeiten bekommen, einfach mal von Anfang an dann zu spielen, wenn er fit ist. Sabri Zink, muss man auch noch gucken, die Pressekonferenz ist nicht raus. Ich rede schon viel um den heißen Brei, wen Wiesbaden, wie gesagt, mit dem Sieg im Rücken nicht zu unterschätzen. Ein eklig zu bespielender Gegner, der durchaus uns Probleme bereiten kann, zu Hause den HSV unter anderem geschlagen. Viel geredet, komme ich nun zu folgendem Fazit. Ich habe mir mal vier Ergebnisse durch den Kopf gehen lassen, die ich für realistisch halte. Da hätten wir einmal ein traumhaftes 0 zu 0, ein 1 zu 1, ein 1 zu 0 für Weden-Wiesbaden oder wir gewinnen das Ding ebenfalls knapp mit 1 zu 0. Ob einer der Ergebnisse eintreffen wird, weiß ich nicht. Ich entscheide mich natürlich wieder für meinen Hansa-Tipp, aber ihr solltet immer, wenn ihr dieses Video guckt, natürlich damit rechnen, dass ich hier auf unseren FC Hansa setze. Ich habe ja jetzt auch noch andere Möglichkeiten euch aufgezählt. Ich hoffe einfach, dass wir uns am Ende mit 1 zu 0 durchsetzen werden. Ist mir am Ende egal wie, Hauptsache in Dreier, damit ein bisschen Ruhe einkehrt, wir dann am Mittwoch positiv zum DFB-Pokal nach Nürnberg reisen können. Ich bin auf eure Meinungen gespannt, aber das würde uns wirklich sehr gut tun, auch was die Tabelle angeht. Denn aus den letzten 6 Spielen 5 verloren und sowieso die Tendenz eher nach unten gehend. Sollten meine Tipps richtig sein, dann würde die Tabelle wie folgt aussehen. Pauli auf 1, Punktgleich mit dem HSV. Beide Hamburger Vereine da vorne am Start, genauso wie der nächste Nordklub, Hannover 96, auf 3. Unser FC Hansa macht einen kleinen Sprung. Wir sind ja aktuell punktgleich mit Wien Wiesbaden. Wir hätten dann allerdings 15 Zähler und würden Wiesbaden auf den 15. Platz schießen. Schalke 04 bleibt erstmal 16. Auf 17 hätten wir den VfL Osnabrück und zu guter Letzt, Schlusslicht, erstmal Eintracht Braunschweig. Das war's, eure Einschätzung zum 11. Spieltag gerne unten in die Kommentare. Teilt ihr meine Meinung oder nicht, lasst es mich wissen. Vielen, vielen Dank für jeden Daumen nach oben. Wer weiß, ob wir dieses Wochenende ein bisschen besser abschneiden. Euren Teams viel Erfolg und unseren FC Hansa endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das wäre so wichtig. Wir werden die Reise antreten und hoffentlich nicht enttäuscht werden. Bleibt stabil, man sieht sich, haut rein und bis zum nächsten Mal.